Hi, mein Name ist Miri und das ist Anton. Zusammen mit Alex hinter der Kamera und Hilos hinter der Kamera, der jetzt weg ist, machen wir ein wundervolles Memes nachstellen. Haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, nur Carlo ist gerade krank. Deswegen müssen wir es mit ihm machen. Du bist auch wichtig. Bin ich jetzt zum zweiten Mal oder wie? Ne, du bist auch wichtig. Und warum war ich das letzte Mal nicht dabei? Ja, gut, danke. Einmal deabonnieren bitte hinter uns. Ne, ne, lass mal Abo da. Genau, ansonsten viel Spaß mit dem Memes, die wir jetzt nachstellen werden. Es wird ein bisschen billiger Content, aber freut euch drauf. Bald kommen auch wieder richtig krasse Videos. Haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich. Entschuldigung, Sie haben doch sicher eine Liebste oder einen Liebsten zu Hause? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein von den Medien genutzter Trick, die in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen dürften. Deshalb frage ich mich, welche Institution befolgen Sie? Woher kommen Sie? Meine Chicken Nuggets verbrennen! Meine Chicken Nuggets verbrennen! Meine Chicken Nuggets verbrennen! Warum? Warum? Ich habe nichts getan! Warum? Mein Gott, nochmal! Warum? 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 Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasty insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung fest geschmolzen. Das heißt, das Teil liegt dahinten schon 20 Minuten und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Also, ich habe bis jetzt schon 50 Big Tasty gegessen und alle waren so frisch und lecker. Ähm, bis auf den heute. Der, also da war der Käse schon so an der Verpackung fest geschmolzen. Und das heißt, der lag mindestens schon 10 Minuten hinten. Also, der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Sonst, keine Ahnung. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal äh... Heheheh! Das ist scheiße. Sehr stark. Ihr könnt gerne mal Vorschläge in den Kommentaren lassen, was wir von billigen Scheiße herstellen wollen. Wir hatten ja jetzt schon den I-Race, den I-Pen, den I-Key, und die I-Card und die I-Weapon. Willst du fragen, was machen wir noch? Weil billig. Ja ansonsten haut rein und habt einen schönen Tag. Schreibt ein paar Sachen in die Kommentare. Bald kommen wieder geile Videos und tschüss. Saftig. Saftig. Wie oft hast du schon versprochen, dass geile Videos kommen? Hä? Es kamen schon mal coole Videos. Ja, als Kado da war oder was? Ja genau, der ist grad weg. Ja, schade. Ja, gib mal für uns alle aus. Ja, mir lieb. Wir zahlen. Hallo, ich glaub du machst Youtube-Einnahmen. Oho, bei Youtube-Einnahmen sind die Videos. Auf unsere Sacke. Ja. Du verdienst hier die Youtube-Einnahmen auf unsere Sacke. Kinderarbeit. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Kinder aus dem Keller, ihr seid gerettet. Dich verlangen, ihr seid gebreit. Ich bin geworden.